Heute sprechen wir über das Thema Ziele im Daytrading. Jetzt gerade mit Beginn des neuen Jahres gibt es viele Menschen, die sich Ziele setzen. Und im Trading kann das sehr, sehr gefährlich sein, wenn man die falschen Ziele nimmt. Und darauf werden wir sehr, sehr detailliert eingehen. Ich werde dir auch nochmal einen Einblick geben in meine Performance und was ich persönlich auch besser machen möchte im nächsten Jahr. Viel Spaß! Ich muss dieses Video ein bisschen anders anfangen. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Bekannten gesprochen, der finanziell durchaus gut aufgestellt ist, der sehr, sehr viel im Bereich der klassischen Aktieninvestments macht, der auch einige Immobilien besitzt. Der hat aber irgendwie über einen Programmierer, den er kennt, das Angebot bekommen, dass er diesem Programmierer jetzt auch im Trading folgen kann. Wie sieht das aus mit dem klassischen Expert Advisor, Copy Trading, wie auch immer. Der Programmierer baut eine Strategie, die automatisiert abläuft und laufend im Forex-Markt Käufe und Verkäufe tätigt nach einer bestimmten Strategie. Solche Angebote machen mich immer so ein bisschen stutzig, beziehungsweise ich werde hellhörig. Und dann sagt er als nächstes, warum glaubst du, dass das funktioniert? Und er sagte dann, ja, das mache ich jetzt schon für mich und ich erziele da im Monat 20, 30 Prozent Rendite und meine Mutter, die kriegt da 2000 Euro im Monat raus. Mit diesem letzten Satz sind meine Zweifel jetzt nochmal größer geworden, denn es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, jeden Monat bekomme ich 2000 Euro oder eine x-beliebige andere Summe aus dem Trading heraus. Warum? Selbst wenn wir von funktionierenden Systemen sprechen, wird das Endergebnis auf Monatsbasis nicht immer das gleiche sein, so wie einem typischen Gehalt eines Angestellten. Das geht überhaupt nicht, weil wir, auch wenn wir Dinge immer wieder gleich machen, ich sage mal, in bestimmten Leitplanken unterschiedliche Ergebnisse haben werden. Und da kann es sein, dass du in einem Monat ein Prozent Rendite machst und im nächsten acht, obwohl du alles gleich gemacht hast. Warum? Weil letztlich immer der Markt entscheidet. Und das heißt, das sind so erste Anzeichen, wo ich sehr, sehr skeptisch werde. Ich habe dem Bekannten jetzt gesagt, er soll dir da eine Performance schicken, wirklich lückenlos und dann gucken wir mal weiter, ob da was dran ist. Was dann meiner Meinung nach noch weniger Sinn macht, ist, dass sich jemand diesen kompletten Monatsgewinn im Trading auszahlt. Du hast 2000 Euro Gewinn gemacht und lässt ihn dir komplett auszahlen. Damit hast du die Grundregeln des Börsenhandels völlig missverstanden. Das größte Geschenk, was wir im Börsenhandel und speziell im Trading haben, ist der Zinseszinseffekt. Und wenn ich jetzt jeden Monat mir Geld vom Konto abziehe, in der Regel oder dann auch noch blöderweise den vollen Gewinn, den ich gemacht habe, kann dieser Zinseszinseffekt doch gar nicht greifen. Nehmen wir an, du hast ein 20.000 Euro Konto oder ein 50.000 Euro Konto. Du machst da deine 2.000 Euro im Monat und jedes Mal hebst du die wieder ab. Dann bleibt es halt leider immer ein 50.000 Euro Konto und damit macht es ja dauerhaft gar keinen Spaß. Wo du also hinkommen musst, ist, wenn du sagst, Trading soll durchaus mal einen Teil meines Einkommens repräsentieren, dass du über einen gewissen Zeitraum mehrere Einnahmequellen hast. So kannst du das Konto wachsen lassen, zahlst den Gehalt aus einer anderen Einnahmequelle. Das kann ja auch eine reduzierte Jobzeit sein, irgendwo eine Freelance-Tätigkeit, Immobilieninvestments, was auch immer. Hast auf der anderen Seite aber die Möglichkeit, dein Trading-Konto wachsen zu lassen. Also bitte nicht jedes Mal, nur weil du ein bisschen Gewinn gemacht hast, das Ganze dann auszahlen. So und aus dieser Überlegung heraus, dass es wenig Sinn macht, sich monatlich etwas auszuzahlen oder auf fixe Euro-Beträge zu konzentrieren im Trading, gehen wir jetzt in das Thema Zielsetzung. Ich gehe jetzt genau da weiter. Es macht keinen Sinn, sich am 1. des Monats ein Ziel zu setzen, zu sagen, ich möchte jeden Tag 100 Euro im Trading verdienen. Es geht auf dasselbe Szenario zurück. Du weißt überhaupt nicht, was der Markt dir an diesem Tag oder auch in dieser Handelswoche an Chancen gibt. Es ist dein Job, da zu sein, wenn dein Muster nach deinen Strategien auftaucht. Aber selbst dann, in so einem kurzen Zeitfenster von ein paar Tagen, wirst du niemals sagen können, ich mache am Ende des Monats damit fix meine 2.000 Euro. Und was ist denn, wenn du am 19. des Monats 2.000 Euro gemacht hast? Begrenzt du dich dann? Sagst du, dann reicht mir für diesen Monat, wir sehen unseren ersten wieder? Das ist also totaler Schwachsinn. Deshalb setz dir auch bitte keine Euro-Ziele, denn auf der anderen Seite kannst du dich damit auch massiv unter Druck setzen. Nehmen wir an, wir haben den 29. des Monats. Und jetzt kommt es dazu, dass du siehst, ich wollte eigentlich 2.000 Euro im Monat damit verdienen. Ich habe aber erst 1.400. Und jetzt hast du noch ein oder zwei Handelstage und du versuchst krampfhaft noch 600 Euro reinzuholen. Was wird passieren? Genau das, was wir dir schnellstmöglich abtrainieren wollen, den blöden Aktionismus. Wir wollen nicht, dass du aus Langeweile heraus oder aus diesem Druck, du musst jetzt noch 600 Euro irgendwie verdienen, halbherzige Trails eingehst. Die gar nicht deinem Setup entsprechen. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf, wenn du das so machst, wirst du am Monatsende bei 0 stehen und nicht mal mehr bei 1.400. Deshalb setz dich nicht unter Druck mit irgendwelchen Euro-Zielen oder Dollar-Zielen. Auch prozentuale Ziele kann man natürlich genauso sagen, ja, kann ich ja gar nicht wirklich beeinflussen. Es gibt eine gewisse Bandbreite, wenn man mal so ein Jahr gemacht hat, dass man sieht, oh, in diesem Rahmen kann es liegen. Ja, das war bei mir in diesem Jahr minus 0,6 im schlechtesten Monat bis 7% im besten Monat. Das sind also Bandbreiten, in denen ich mich jetzt bewege. Ich gehe aber auch sehr, sehr wenig Risiko pro Trade ein. Und wenn du das für dich mal diszipliniert über mehrere Monate aufbaust, so ein Trading-System, wirst du natürlich auch irgendwo Erfahrungen sammeln, was ist so eine Bandbreite, in der du dich mit deinen Ergebnissen bewegst. Jetzt haben wir darüber gesprochen, welche Ziele keinen Sinn machen. Dann wollen wir natürlich auch darüber sprechen, welche Ziele machen denn Sinn. Oder sagen wir mal so, ich werde dir mitteilen, welche Ziele ich mir setze. Und bevor wir das machen, gehen wir noch mal kurz auf die diesjährige Performance ein. Die hatte ich in einem anderen Video. Das blenden wir hier noch mal ein, ausführlich besprochen. Du siehst jetzt hier noch mal ein Update. Ich werde mit hoher Wahrscheinlichkeit auf 23, 24% kommen in diesem Jahr mit Daytrading, also dem Handel von Aktien und Währungen Long und Short. Das ist nicht mein bestes Jahr. Das ist aber ein solides Jahr, wenn man auch da berücksichtigt, dass dieses Ergebnis mit geringem Risiko erzielt worden ist, teilweise 0,3% Risiko pro Trade. Das ist ganz in Ordnung. Und natürlich kann auch ich sagen, ich kann mich im nächsten Jahr verbessern. Die Ziele, die ich mir setze, wenn ich sage, ich möchte mich verbessern, heißt jetzt nicht stupide, ich möchte einfach 50% machen. Sondern es muss genauer sein, es muss kleinschrittiger sein. Das Erste, was ich machen möchte, ist, dass ich bestimmte Drawdown-Phasen, Drawdown-Spitzen reduzieren möchte. Das kann ich über das Stop-Management regeln. Das kann ich über Positionsgrößen natürlich regeln. Das kann ich gegebenenfalls natürlich in letzter Instanz auch über das Hinzuziehen weiterer Strategien reduzieren, indem ich einfach anstatt 3, 4 Strategien 5, 6 hinzunehme, damit immer was zu tun habe und vielleicht auch die Trade-Frequenz erhöhe. Bei mir persönlich geht es mehr darum, dass ich sage, wenn ich mich in 95% aller Trades in so einem Monat an mein Regelwerk gehalten habe, an meine 5-Sterne-Setups also, dann habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, die weit über 90% liegt, dass ich spätestens am Quartalsende, in der Regel auch auf Monatsbasis, profitabel bin. Das heißt, meine Zielsetzung geht in das Verhalten, was ich als Trader jeden Tag hier an den Tag lege, sozusagen. Wenn ich hier ins Büro komme, wenn ich an die Bildschirme komme, weiß ich schon, was jetzt meine persönlichen Setups sind. Das ist Forex-News-Trading in der Regel. Ich liebe Risiko-Events wie Wirtschaftsdaten oder Zinsentscheide. Das heißt, ich kann mich sonntags dahin setzen. Ich sehe, wann würde es in der nächsten Woche mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Sekunde genau Bewegung geben. Darauf kann ich mich vorbereiten. Ich kann mir die Checklisten dazu nochmal ausdrucken und kann sie auch wirklich abhaken, wenn so ein Event ansteht. Und handel dann eben nur, wenn alles erfüllt ist. Und das Zweite, was ich sehr viel handele, sind Aktien, US-Aktien. Das heißt, die Session geht für mich in die Vorbereitung um 14.30 Uhr, 15 Uhr los. 15.30 Uhr wird gehandelt. Und um 16.30 Uhr, in dieser ersten Stunde, wo wir durchaus viel Momentum haben im Aktienmarkt, ist das Thema für mich durch. Da mache ich im Durchschnitt einen Trade am Tag. Und das weiß ich schon. Und das werde ich auch genauso weitermachen. Jetzt könnte man natürlich die berechtigte Frage stellen, Tim, warum sollen es nicht 100% sein, an denen du dich diszipliniert an deinen Fünf-Sterne-Setup handelst. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber sehr realistisch betrachtet, gerade bei Scalping oder Day-Trading-Strategien, geht es auch ein wenig um subjektive Wahrnehmung. Es kann sein, dass ich sage, hey, der Ausbruch aus der Konsolidierung erfolgt mit hohem Volumen. Ich antizipiere das ein bisschen. Ich sehe den ersten Move. Das Volumen zieht an. Und ich gehe schon in den Markt. Und ein Kollege neben mir sagt, nee, das passt noch nicht. Ich warte noch ab. Es gibt also im Rahmen eines Regelwerks durchaus noch kleine Variablen, die subjektiv sind, wo es sein kann, dass ich dann sage, ich mache den Trade. Und der Kollege, der eigentlich genau dieselbe Strategie hat, sagt, aber das mache ich noch nicht. Und deshalb sage ich bewusst, in so einem Monat oder auf Quartalsbasis wird es solche Fälle geben, wo es eine Kannentscheidung gibt, wo man vielleicht in der Nachbetrachtung dann sagt, okay, aufgrund der Schnelligkeit, die man teilweise da an den Tag legen musste, habe ich mich dafür entschieden. Aber rückblickend betrachtet, hätte es mehr Sinn gemacht, noch zu warten. Das kann passieren. Und deshalb sage ich, 95% aller Trades im Monat X sind genau nach 5-Sterne-Setup passiert. Und aus der Erfahrung heraus weiß ich einfach, wenn ich das so mache, dann habe ich positive Ergebnisse auf Monats-Quartalsbasis. Was heißt das jetzt für dich? Es ist gut möglich, dass du heute am Anfang stehst und noch gar nicht so richtig weißt, was ist denn dein 5-Sterne-Setup? Was bist du für ein Trader-Typ? In welchem Trading-Stil magst du? Und du hast die Erfahrung noch gar nicht mit der einen oder anderen Strategie. Dann macht es meiner Meinung nach auch noch keinen Sinn, dir ein Ziel zu setzen, so wie ich das jetzt fürs kommende Jahr gemacht habe. Dann geht es vielmehr darum, dass wir dich jetzt begleiten können und in den nächsten Tagen erst mal genau diese Struktur aufbauen, dass du weißt, was du zu tun und zu lassen hast. Was sind deine persönlichen Einstiege und was sind die Ausstiege? In welchem Markt bist du aktiv? Und was bist du für ein Trader-Typ? Anders wird es nicht funktionieren. Denn wenn das gefixt ist, das ist das Fundament, können wir eine Ebene drüber gehen, das nächste Stockwerk aufbauen und das ist dann die Erfahrung in diesen Strategien sammeln. Und wenn auch das klar ist, haben wir nachher die Spitze oder das Dach, dass wir auf dieses Konstrukt draufsetzen können, wo es dann heißt, jetzt optimieren wir in dieser Nische. Wir wissen ganz genau, was sind gute Trades, was sind keine guten Trades und so entwickelt man sich als Trader. Wir können dich dabei sehr, sehr gerne begleiten. Du findest unter dem Video in der Videobeschreibung dazu den ein oder anderen Link und dann können wir uns das angucken beziehungsweise über den ein oder anderen Online-Workshop kannst du auch schon kostenlos teilnehmen und du siehst auch nochmal detailliert, was machen wir hier eigentlich? Wie machen wir das? Und kannst du dich da nicht einfach dranhängen, das genauso von den Konzepten ja von uns lernen? Kleiner Hint, ja, natürlich kannst du, aber die Bereitschaft musst du mitbringen. Unabhängig davon wünsche ich dir ein bombastisches neues Trading Jahr. Meld dich gerne bei Fragen und bis zum nächsten Video.